Musik 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 Ja, Hallihallo meine liebe Freunde der schlechten und bei mir schwankte er EPHEMI mit dem Spiegel der Spreisling Ich entschuldige mich fürs letzte Mal, dass da ich nicht von mir gegeben habe, weil ich da war Kaiser von Frieden Ja, und ich habe gerade hier wieder hier sitzen jetzt habe ich den Hammer gefunden und auch ich hatte hier auch letztes Mal einen Baukahn gefunden Ich glaube, da kann man das mit dem Homesite reiniger kombinieren und dann kommt da eine säure Kunstkammer raus und hier geht es haben und dann hat das doch glaub ich unten aus Ich kann es gar nicht haben, weil ich mit dem Homesite in die Felschuhe an So, ich gucke, ob ich hier noch irgendwas witziges finde, dann geht es weiter Ich habe drei Mal die Sprengarme also, glaube ich, dass der den Hammer braucht aber Ich glaube ich auch Ich glaube ich auch Ich weiß, dass wir hier noch machen wollen, aber da machen wir uns weiter Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die bei Menschen besser funktionieren besser funktionieren als bei dem Traum dass das funktioniert Ich verstehe jetzt nicht, wie man aus dem Haus hat Reiniger 12 rausgekriegt, aber den Fahrsignal immer Und jetzt damit immer wirklich verfehlt, wie hart wir bewaffnet sind Wir haben drei Mal Sprengboden und einen fucking Panzerbaum Zusätzlich haben wir verdammt nochmal zwei Säurekrieghammer eine Kettensäge äh eine Nektosierkammer Der Torberhaupt uns auch noch hier alle möglichen Kanaden also wenn es keine Karten macht dann weiß ich auch Ich würde ja gerne diese Klinik besser mitnehmen ne Aber das geht nicht Ich habe immerhin die Kartenpunkt als die Kartenpunkt 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 Und zwar hier war da ein Knippel Sachen Und generell war irgendwas Ah hier die Kreative die Kartenpunkt die Kartenpunkt Die Kartenpunkt die Kartenpunkt Die Kartenpunkt die Kartenpunkt Hey Wollt ihr mal meine neuste Wappel schmecken? Wow selbst wenn ich nichts hätte gemacht mit deinem Witziger Stegschaum Ich will mal einen mit mit dem Traum Schrauben Ich habe die Kartenpunkt Ja, das ist ein Gehärter, ne? Ja, das ist ein Gehärter, ne? Ne, das ist es nicht. Wieso ist mehr Einkaufswagen? Ob wir nämlich so sehr, dass ich schon zu mir geflogen habe? Hier, fahren wir mit. Ja, das ist ein Gehärter, ne? Na gut, weil hier so dringend auch eine haben, wo ich hier jetzt voll aus der Hand habe. Wenn ich sagen, ist das ein Gehärter. Ja, das ist 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 ein Gehärter. ...dass ich von den Kopf nicht weiterbleiben... Hier regieren wir! Das glaubst du nicht! Ich hau euch ein und ich freu euch um! Ja, ich nehme mal ein bisschen... Hier ist Heidpunkt! So, was gibt es hier? Küchenwachengeschäft! Pfeffermügel! Oh! Ich brauch die Kaffee! Danke! Danke! Bäm! Komm doch! Gut! Wir drehen doch auf! Geil her! Mann! Hängst du doch mit dem Kopf! Ja! Ja! Schon gut, schon gut! Ich will doch nur durch! Mann! Ihr habt echt einen an der Murmel! Ja! Ah! Ja! Ja! Weg! Ja! 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 Versuche nach Wunsch-Pategie im Geschäft! Mal zuweilen! Und dann können wir vielleicht auch hier Scheiße laufen! Ja! Strafование Westphat Strafование Strafia Strafование Strafование Jakob Die war mit den Kinderbahnen. Das ist nicht so alt. Das ist nicht so alt. Ich schaue in jedem Geschäft, den er auf der Service ist. siehst du gerade direkt vorhin, das ist nicht alles. Kein Problem sein. Ach, mehr und mehr. Kinderbücher. Ja, die können halt die Kinderbahnen Linger suchen. Ich bin mal den Rasen hier und das Kinderfahrer. Ich kann nicht nur was der rauskommt. Tatsächlich hat das. Ach, die Wechsel. Boah, das klingt wie lustig aus. Boah, das klingt wie lustig aus. Woah. Ich ist schon süß. Guck mal. Ich bin ein Kaffel. Ich schweige Feuer. Weit aufs Ziel zu. Weit aufs Ziel zu. Ich schweige Feuer. 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 Oh, toll. So, Kuchen. So, super fit. Eine Leuchtensdude und kleine Arten. Hey, aber was auf jeden Fall noch kommen muss? Ja. Das. Ihr müsst auch in jeder Folge von jegends eins helfen. Ich... Abwürdig, bitte wieder nach oben. Also, hinter mir. Oh, scheiße! Ähm, das war ich nicht! Ja, das war ich nicht. Das war Tango, Alter. Das war ich! Hier war draußen. Ja, das war das Lager. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Da brühe ich nicht mal mit. Das kann ich nicht gut verbrauchen. Ah, zocken, also wir kämpfen mit den Handtropfen gegen zocken. Äh, ich brauch... äh, ich wüsste die Antwort. Nein, ich will nicht den Floweymesser. Oh, ich... ich wollt nur an die Tasche. Ich hoffe immer, dass da noch eine weitere Panda kommt. Ich hab noch viel von denen, die... ...feuer ich haben. Ich weiß ja, dass da eine riesige Menge ist. Oh! Oh! Ah! Das ist sehr wenig ausgesprochen. Boah! Mein Fehler! Wir machen ihn fertig! Oh, danke. Und ich soll mich jetzt vor euch allen fürchten? Das tue ich nämlich ein bisschen. Jetzt gib schon auf! Ah! Ah! Oh! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Das ist doch so garmantisch. Deine Frau, ich 팬. Oh, nein! Oh! Oh! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! So, Wanderer. Wisst ihr, zu einer ordentlichen Apokalypse gehört eben auch ein Haufen Spinner. Er hat mich unrecht. Ich bin ja hier, also... Ein Haufen Spinner ist... nicht. Ja. Aber das liegen hier... Äh, halt. Der war nämlich halt hier. Flammenschwett. Ich will das Flammenschwett mitnehmen. Ach komm. Ich fände ein Flammenschwett viel geiler als eine Kettenwege. Das sieht so awesome aus. Also mit dem Ding kann ich dich anständig geradeaus fahren. Aber jetzt... Sandra, die... ... war ja mal... ...Stacker. ... 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 Okay, wir hängen auch auf den Hut. Ich habe erst noch ein paar Minuten gemerkt, dass die Aufnahme abgespielt ist. So genau muss ich selber noch mal gucken. Was kommt mit Tee hoch? Uh, ne Gitarre. Die ist auf jeden Fall Musikknaden. Aber ich will keinen einzigen Bauplan. Also gehe ich einfach weiter. Das Ding ist offen. Okay, so das wäre erledigt. So, Weg meinte doch, der Ausbruch hätte seinen Vorsprung beim Vordereingang der Mall. Sehe ich mir noch. Ich habe gerade durch die Böcke gehabt. Ben! Das ist ein riesige Schwerter. Ich kann nur ein Schwerter stellen. Ben! Da ist ein riesiges Schwerter. Oh! Oh! Das ist ein riesiges Schwerter. Oh! Das ist ein riesiges Schwerter. Alter, mit dem Schwerter wanderte ich die alle! Das ist ein riesiges Schwerter. 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 Ich bin einfach so einitzig, dass sie mir als Objekt ausgeht. Hä? Geht noch ins Weg? Wo bin ich den Laden da? Ich wüsste schon mal die Garenkörper aus, weil ich sie überschütteln kann. Uhhh... Böller! Geh weg! Was ist los? Ich bin keinem. Ich bin ganz bösterlich. Ich hab mich gerade kurz erschrocken. Ich dachte, da steht einer. Ich will nicht ablosen. Ich wäre in dieser Sport-Tasche. Ey, dieses Flammschwert soll ich behalten. Es ist fast wie eine Taschenlampe. Seht ihr? Versuche das nicht wirklich zu verwenden. Dann hab ich wenigstens mehr Art von Faschenlampe. Weil wir hatten ja auch schon mal so einen richtig... ...extrem so einen Rauch. ...die wir einfach mit Nothing gesehen haben. Es ist echt Teure. Oder wisst ihr was? Was? Euch belastet ihr Dreck! Euch hat Zage gesagt, ich kann dir anziehen. Huch! Hätt ich schlapp gelacht. Huch! Huch! Ja, und so macht man sich den Weg offen. Indem man einen Gegner, die ich verscheiden soll haben. Huch! 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 Den einen da ich noch richtig bekomme. Huch! 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 Super! Heu! Huch! 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 Oder... Wow! Irgendwas Großes vor! Ja genau! Okay... Ja! Ich mach noch eben dieses komische Platz! Ich hab heute nicht all zu verstanden! Sorry Leute! Natürlich investier ich noch auf diesen komischen Dorn. Echt zu sehen! Ja! 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 Ich hab den Kunden noch gegratet, oder? Ja! Ja! Neck mir ein! Ja! 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 Ich hab gerade Geld erhalten! Oh, geht weg! Ja! Ich hab keine Drogen! Ja! 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 Was ist denn da wirklich? Oh, jetzt bin ich doch eh... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... Das ist halt alles gut. Ich dachte da stehen... ...hörbe! Schoko. Das erste Mal, glaube ich, hat schon Schoko nie gesehen. Wenn... ...kann man auch noch mit einer fucking Idee bekämpfen. Genau. Wir haben diese Snacks. Okay, diese... ...wunderbare Snacks. Ja. Ich faszinier mich damit auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like oder einen Kommentar da. Und... ...wenn euch mein Kanal generell gefällt, könnt ihr auch ein Abo da... ...lassen. Und... ...ich würde sagen, man sieht sich dann. Tschau Leute! ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020